Hallo Leute, willkommen zurück bei der Depth Beta, wollte ich gerade sagen, warum denn bei der Depth Beta, macht ja gar keinen Sinn. Wahrscheinlich, weil ich mich freue auf die Evolve Beta, die in den nächsten Tagen beginnen wird. Nein, willkommen zurück bei Depth, Blut und Gold, der Spielmodus. Ich bin alleine und wir spielen wieder in diesen wunderschönen Ruinen. Hier kenne ich mich aus und ich glaube, ich nehme erstmal nichts. Ich habe mal wieder Bock auf meine alte Taktik, deswegen so und so. Und dann bin ich schon direkt bereit für die Action hier. Ich werde versuchen, jetzt mir wieder schnell den Scooter zu holen, je nachdem, wie gut die Haie sind. Und werde dann probieren, wieder der Supporter des Teams zu werden, schön viel Geld zu sammeln. Das ist so meine Rolle, die ich eigentlich auch sehr gerne einnehme hier bei Depth. Das Schießen können andere übernehmen. Meine Mordlust befriedige ich immer nur, wenn ich Hai spiele. So, oh. Guck mal hier, zwei Schätze direkt. Komm schon, hinterher. Und Steve... Komm schon, komm schon. So. Steve geht wieder mal... Interessanterweise der Hai ist hier... Ne, doch nicht bei mir, okay. Ähm. Steve geht wieder mal eine etwas andere Route. Muss ich feststellen. Komm schon. Woah, der kriegt mich nicht. Haha. So. Sammle ich hier die Schätze. Oh, oh. Der hat hier wen gekillt. Da unten. Woah. Der ist hinter mir. Weiß nicht so recht, was meine Teammates hier machen. Okay. Der wurde... Zerfleischt. Der eine Teammate. So. Ich hab jetzt aber gleich genug Geld, dass ich mir... ...zumindest den... ...Scooter holen kann wahrscheinlich. So. Okay. Gold wurde gedroppt. Aber wir haben schon sehr viele Reinforcements verbraucht. Sieben Stück. Das wird eine sehr schlechte Runde für uns. Ich glaube, ich spiele mit Vollidioten zusammen. Könnte gut sein. Deswegen, äh, hole ich mir jetzt, glaube ich, direkt... Naja, ich kann mir ja keine vernünftige... Ich muss ja einmal den Scooter holen. Er ist hinter mir her. Oder? Ja. Glaube schon. Ja. Ah, ich hab ihn noch gesehen. Shit. Ja, okay. Ich muss mir eine Waffe holen. Ansonsten wird das nichts. Ansonsten wird das nichts. Warte mal, hab ich jetzt... Nee, nicht genug Geld bekommen. Shit. Ich hol mir einmal die Netzkanone. Boah, meine Leute sind ja mal einfach nur blöde, scheinbar. Keiner hilft. Keiner hilft. Das wird eine richtige Low-Life-Runde hier. Äh. Ja, ich muss mir eine Waffe kaufen. Das bringt sonst gar nichts. Mit den Teammates, die wir hier haben. Die verballern ja ein ums andere Leben. Ja, die Netzkan zu holen war vielleicht nicht so intelligent, wenn man nur mit Vollidioten spielt. Die schießen ja scheinbar eh nicht. Sind wir nur zu zweit? Sind zwei schon wieder gelieft, oder wie? Leute, ich hab ihn euch gefangen. Schnappt ihn euch doch. Schießt doch. Wozu hab ich denn das dreckige Netz? Ganz illisch. So, hier. So, schön viele Schätze. Sie kommen. Sie kommen. Ich muss hier weg. Ich hänge. Gott. Ich hing da gerade. Oh Gott. Hinter dem gewesen. Das war jetzt eigentlich auch nicht das, was ich geplant hatte. Den hab ich auch noch gefangen. Sehr schön. Okay, okay. Mein Team macht mal was. Es wurden Minen gekauft, um die Haie hier ein bisschen aufzuhalten. Es freut mich, dass hier mal mitgedacht wird. Ich hab ein bisschen das Gefühl, dass hier gleich Haie kommen. So, schnell zurück. Oh, Steve geht vor allem weiter. Scheiße. Hinter mir ist einer her. Das Level kenne ich aber inzwischen schon einigermaßen. Deswegen weiß ich, wo Steve jetzt hingegangen ist. Ja, leg die Mine genau zu mir. Kein Problem, Junge. Ah Gott. Der gute alte Marco. So, ich muss mir jetzt eine vernünftige Waffe holen, sonst brauche ich hier gar nicht mehr mitspielen eigentlich. Holen wir uns das Ding ins Gewehr hier. Ja, geil. Nee, das wär nix, Freunde. Das wär ne sehr kurze Taucherrunde. Schade, ey. Echt schade. So. So rettet man Teammates, Freunde. Und jetzt hinterher. Schnappt euch den dreckigen Hai. Ihr seht doch, wo er ist. Alles muss man selbst machen. Das ist unglaublich. So, ich hol mir die Netgun. Wir haben nur noch drei Reinforcements. Wir haben so gut wie verloren. Wir haben ja sechs Haie getötet. Das ist ja mal mega armselig. Schnell die Netgun ready machen. Damit kann ich halt Teammates retten. Komm schon. Ja, den hab ich. So, jetzt hinter Steve her. Schade, dass wir echt mit so vielen schlechten Spielern hier unterwegs sind. Oh, hier ist sehr viel Geld. Oh. Steve. Warte auf mich. Nein, die kommen. Den Messer ich noch. Ah, erst mit dem Netz. Dann mit der MG. Dann mit dem Messer. Wir kriegen den klein. Das kann er sich hinter die Ohren schreiben. Den haben wir. Dominanz. Oh, schade. Leute. Ja, okay. Das war's schon. Sehr, sehr schlechte Runde. Wirklich sehr schlechte Runde. Wenn man sich mal hier anschaut, halt die Punkte. 12.000. Ich hab mehr Punkte als die anderen zusammen. Das ist schon sehr, sehr armselig. Aber hey. Was willst du machen? Leute, ich häng euch noch eine zweite Runde hinten dran. Weil das kann ich euch so ja nicht anbieten. Das ist schon, das ist schon ein bisschen, ne? Ihr wisst schon. Bis gleich. Yo, da bin ich wieder, meine lieben Freunde. Zurück bei Depth. Und heute in dieser ersten Runde. Da, äh, ja. Das war ja schon Fremdschämen. Deswegen, damit jetzt eine Runde kommt, wo ihr denkt, hey. Der kann ja vielleicht doch ein bisschen spielen. Habe ich euch jetzt eine Runde als Taucher. Hä? Das finde ich jetzt höchst merkwürdig, muss ich ehrlich sagen. Weil ich hab eigentlich angegeben, dass ich als High spielen will. Da krieg ich jetzt doch schon wieder Blitzherpes, dass das nicht geklappt hat. Ich hab doch eindeutig gesagt, ich will als High spielen. Ach man, so ein Scheiß. Ja, gut. Okay. Ich glaube, ich spiel sogar wieder mit ein paar Vollidioten von Grad. War der Siso nicht eben auch dabei? Bin mir grad nicht sicher. Ich bin mir grad nicht sicher. Aber ich ärgere mich jetzt echt, dass ich nicht High geworden bin. Ich wollte euch hier was bieten, weißt du? Ich dachte mir so, komm, eben so voll abgekackt. Dann mach ich jetzt mal High-Runde. Hab auch lange gewartet eigentlich, bis ich wieder zocken konnte. Weil meistens dauert's auch lange, wenn man High spielen möchte. Aber, hm. Naja gut, komisch, okay. Spielen wir halt nochmal Taucher. Und, äh, vielleicht geh ich sonst ein bisschen früher auf eine Waffe. Aber am Anfang, ja, ich warte mal ab. Ich warte ab, wie es sich entwickelt. Probiere halt erstmal jetzt ein paar Schätze zu kriegen. Und die dann dem guten Steve zu geben. Oh, fuck. Er ist bei mir. Scheiße. Ja, alles klar, hab ich schon gehört. Ah, das ist wieder der Siso. Scheiße. Ja, ich muss ne Waffe holen. Das hat sonst überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Das ganze Team rennt auch wieder wie die Wilden. Irgendwie einfach nur in der Weltgeschichte umher, hab ich das Gefühl. Oh, oh. Das hier geht gleich auf. Wo geht denn der eine Vollidiot da hinten wieder hin? Blitzerpes. Echt mal Blitzerpes, ey. Boah. Komm schon, den krieg ich doch noch, oder? Ja. Sauber. Wow. Wo sind meine Schätze, die ich gedroppt habe? Hier. Ey. Das waren meine. Du bist ja wohl ein Spasti. Du sollst in der Hölle schmoren, ey. Ach, der eine Typ ist AFK. Oh, geil. Wir spielen zu dritt. Premium-Runden heute für euch, Freunde. Tut mir wirklich leid. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss hier rein. Da oben liegt ein Schatz. Aber das Movement gerade von mir war ja mal so low. Das habe ich dann selber eingesehen. So, ich hole mir jetzt trotzdem den Tauch-Scooter. Ah, da draußen wird gerade einer wegschnabuliert. Wah, was? Ach, ja. Ja, macht echt... Macht echt Laune zu dritt. Man hat richtig gute Chancen als Taucher dann. Ich hasse das, dass diese Vollidioten immer dann das Spiel verlassen. Ich wollte eigentlich auch Taucher werden. Ey, habe ich das Spiel verlassen? Nein. Habe ich das Video abgebrochen? Nein. Warum nicht? Weil ich kein asozialer Vollidiot bin. Deswegen. Oh, da hat er sich eine Robbe wegschnabuliert, glaube ich. Ja, ich sollte auch nicht so an der Tür stehen. Ha! Nice one. Der war nice one von uns. Der zweite schwimmt aber auch noch. Ja! Leben gerettet. Leben gerettet. Die aller Gerettungsschwimmer. So, komm. So, schnell. Es ist tief. Oh, was? Was? Oh Gott, die ganzen... Ja. War klar. Die Minen immer schön ins Team reinlegen, Leute. Das hilft. Leider nur den Hain. Aber hey. Aber hey. Da ist er. Oh, was? Wo ist der andere? Hä? Wo kam er denn jetzt her? Hallo, Leute! Ey, keiner hilft. Und wieder sind zwei Leute durch diese Scheißmine von dem einen Vollidioten gestorben. Also, wenn man keine Minen legen kann, vernünftig, dann sollte man es halt ganz sein lassen, einfach. Aber hier, dass T-Mann dauernd dadurch in Trouble zu bringen, das ist richtig scheiße. Ja, der eine hat auch schon geschrieben. GG. Ja. Das Spiel ist eh gelaufen. Also, wir werden hier keinen Stich mehr sehen. Hier sind auch noch ein paar Schätze. Da ist er. Da ist er. Yes! Den haben wir. Wo ist denn der andere? Oh, da ist er rausgeschwommen. Scheiße, er wurde nicht markiert, sonst hätte ich ihn gejagt. Da ist er. Da ist er. Bei mir, Leute. Bei mir. Draußen. Hab ihn. Boah. Baby. Ich bin bereit für die Liebe. Aber ich wollte eigentlich Schätze sammeln. In der schnellen, kurzen Pause, wo die Haie weg sind. Dass wir zumindest ein paar wenige Credits haben. So, den haben wir wieder. Leute. Von mir hilft nie einer. Ey, das sind so eine Vollidioten. Okay. Warte. Wo wollen wir uns das hier? Und zwar stelle ich es mal hier hin. Da war er. Okay. Weiß nicht genau, wo der andere ist. Ich habe ihn eben schon gehört. Er nähert sich auch. Ach, er hat Steve angerempelt. Haben wir. Oh, vielleicht ist mein Team ja da nochmal ein bisschen zu was nütze. Ey, ihr habt, wer hat das ausgemacht? Da war er. Ich frage mich, ob die anderen schlafen. So, hey, es sind zwei Haie hier im Gewässer. Aber, weißt du, es ist jetzt die Zeit, wo ich immer meinen Mittagsschlaf halte. Deswegen, äh, ja. Deswegen muss ich jetzt erst mal schlafen gehen. Also, wir werden das hier nicht mehr gewinnen, denke ich. Brauchen wir uns, glaube ich, auch nichts vormachen. Da haben sie sich wieder zwei wegschnabuliert. Wenn die jetzt wieder zusammen greifen, ja, dann, äh, haben wir keine Chance. Ich hole nochmal das 300er Gerät, um ein paar Reinforcements vielleicht irgendwie zu bewahren. Komm schon, packen wir hier hin. Ich stelle die gerne halt so, dass die Haie die nicht unbedingt direkt wegballern können. Oh, guck mal, ein Oktopus. Da war er. Er ist dahinter. Okay, da ist er, da ist der andere. Ah, ich treffe die nicht. Doch, da den. Komm, den, du kriegst mich nicht, mein lieber Freund. So, und der andere. Fuck you all, ey. Da ist er. Noch nicht mal getroffen, weißt du? Ja, den habe ich, komm, komm, komm. Fuck, ich brauche Muni, ich brauche Muni. Wow. Was machen denn die ganzen Schätze hier? Oh, 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 er ist hinter mir. Gut gemacht. Da ist er, da ist er, der nächste. Den habe ich. Boah, Leute. Keine Reinforcements mehr ab jetzt. Also, das wird, wird eine Niederlage. Aber ich muss sagen, überraschenderweise hat sich das Team sogar noch ein bisschen gefangen, fand ich. Also, der Start war ja mal mega low life. Oh ja, shit. Huh. Was, ich habe es überlebt. Ich dachte, ich werde tot. Okay, der schwierigste Part jetzt. Ich hoffe eigentlich, dass ich als erster gekillt werde, weil dann habe ich noch eine Reinforcements freien Notfalls. So, den, ah, shit, ich wollte ihn jagen. Aber dann kam der andere, hat mich weg, schnabuliert. Und ich werde jetzt nicht spawnen, der andere wird spawnen. Ja, genau. Ah, ärgerlich. Ja, okay, also das waren zwei Runden als Taucher, die beide jetzt nicht so pornois waren. Und, äh, er ist jetzt der letzte Mohikaner quasi. Ja, wenn man jetzt auch noch treffen könnte, dann hätten wir vielleicht eine Chance. Naja, Leute, da muss ich, glaube ich, nicht weiter groß was zu sagen. Von den Punkten her bin ich wieder, äh, ganz vorne gewesen. Auch mehr Punkte als die Haie. Zwölf Kills. Ich habe zwölf Kills gemacht. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ich habe mehr Kills gemacht, als das restliche Team zusammen. Ja, also Einzelleistungen war gar nicht mal so schlecht. Teamleistungen, ja, müssen wir nichts zu sagen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part von Depp wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen. Haut rein.